Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Portal 2. Ich muss die Aufnahme nochmal anmachen, okay. Und dafür auch Hallo an alle Zuschauer von ZAROCK mit der schönen kanadischen Hymne, weil ZAROCK ist ja eine Aufnahmeknöpfe dämlich belegt. Hallo! Dämlich belegt, hallo ey! Und wir starten diese Folge mit einem tollen Ladebildschirm. Mensch, haben wir das gut getimt. Das hätten wir auch mal vorher machen können. Wir starten diese Folge mit der letzten Testkammer in Testkammer-Sammlung 1, weil Nergorix war zu geizig, die vielleicht in der ersten Folge zu machen. Ja, äh, macht halt nichts. Und Random Bot hat mich zu seiner Freundesliste hinzugefügt. Willkommen im Video, Random Bot. Hat sie ihn zugefügt zu ihrer Freundesliste? Dann kenne ich irgendwo ja das Gefühl. Was ist das denn jetzt? Das ist doch keine Testkammer. Doch, hat er doch gesagt. Das ist was anderes. Ach so, äh... Kannst zurückgehen. Wir müssen irgendwo anders das Portal setzen. Wo ist denn hier eine freie Fläche? Man kann ja nicht mal runterspringen. Wo bist denn du? Ach, da. Ja, da bin ich. Okay, wo geht's denn hier weiter? Da unten geht's weiter. Geh mal weg! Das war sehr gut, Nergorix. Ja, guck mal, das ist ein schönes Büro. Guck mal hier weiter. Es ist so dunkel hier. Wir müssen eine Disc suchen. Guck mal, hier kann man, glaub ich, auch weiter. Irgendwo muss hier eine Disc suchen. Wir müssen hier irgendwo eine Disc suchen. Okay. Insert Disc. Ja, ach wirklich? Jetzt kommst du nicht mehr zurück, weil du ein Portal gelöscht hast. Nice. Macht nix. Oh, ein Countdown. Oh, nee, das wollte ich nicht. Und nu? Ach so. Oh, Countdown. Ja, und dann? Wo ist denn hier eine Disc? Guck mal, hier kann man schon mal auch mal wieder ein Portal setzen. Bringt uns das denn was? Guck mal da nochmal rüber. Wo ist denn hier? Wo soll denn hier eine Disc sein? Ich schieße einfach wild Portale durch die Gegend. Ein Hinweis, ein Hinweis. Drück mal überall E. Nee, wo kann denn die Disc sein? Steht hier irgendwas auf den Links drauf? Do not trust her. Security through Obscurity ist auch on the hope. Übrigens, ne, übrigens, kleiner Funfact. Oh, x von t ist die Summe von i gleich 1 bis r von x2 in Klammern wie i t oder so. Ist schon sehr vertreten. Ach, sehr schön. Mathematische Gleichung, wer liebt sie nicht? Warum komm ich denn da nicht hoch? Wo bist du schon wieder da? Ja, das Problem ist, äh, ne, ich kann hier die Portale... Komm mal aus, vielleicht boosten, komm mal her. Nee. Duck jump, duck jump. Ich glaube, das ist so nicht gewollt in einem Portal-Spiel. Wir müssen irgendwo ein Portal schießen. Wie kommen wir denn überhaupt wieder zurück jetzt? Och, Mama. Immer stehen wir uns gegenseitig im Weg rum. Ähm... Ich glaube, wir müssen nicht zurück. Wie bist du denn da hingekommen? Ja, ich hab ein Portal hingeschossen. Guck mal, der Geil ist... Uiuiuiui. Lass los! Da oben war die Disc nicht. Schade. Wo soll hier denn jetzt die, die, die verdammte Disc sein, ey? Wie kommen wir denn eigentlich da rein? Ja, das stimmt. Das muss eigentlich die Lösung sein. Vielleicht hat das irgendwas aufgemacht. Dieser Hebel muss ja für irgendwas gut sein. Oder muss man den erst machen, nachdem man... das aktiviert hat. Oder wir müssen halt hier hoch. Ich verstehe das nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass wir in Folge 2 schon scheitern. Ich drücke jetzt einfach den Hebel, solange wir diesen Kurschluss kommen. Ah, hier sind zwei Hebel. Wir sollten wahrscheinlich beide drücken. 3, 2, 1, drück. Nein. Wir müssen ein Portal dahin erschießen. Hast du ein Portal irgendwo? Äh, warte, 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 warte. Äh, ich werfe die Disc hier raus. Ich komme nämlich hier nicht mehr durch. Wo ist denn... Hier bei mir. Wo ist denn hier bei dir? Ah. Hier soll ich... Ja. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Wahrscheinlich mit der Disc. Warum kann ich den Disc nicht aufheben? Hallo, Disc? Ah. Ah, sie wird inserted. Äh, echt. Was war ich denn jetzt? Oh, eins noch. Ach so. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen. Oh nein. Und nach ich euch wieder sorgfältig zusammensetzen. Gewaltsame Demontage. Welcherweise spürt ihr keinen Schmerz. Wo müssen wir denn jetzt hin? Versteht ihr, glaube ich, zerstört. Ach so. Ich halte das übrigens für einen Mandel. Jetzt ist ja wieder Otto Walkers hier. Und du läufst wieder schön hinter mir her. Ich kann auf alle Fälle endlich mal After Effects benutzen. Er hat den Kopf von Otto Walkers, der auf Pieper hier schmiert. Schaut euch Zyrocks Folge an. Der nimmt auch auf, sag ich nochmal. Chiefman, Teamaufbau. Nice, Peter. Das seht ihr in der Aufnahme nicht. Wo ist denn jetzt zwei? Da drüben. Wie sollen wir denn da nach drüben? Mit mittlerer Maus. Oh, hier sind so Jump-Heads. Aber das können wir, glaube ich, noch nicht, ne? Jump in! Wir können zu vier gehen. Wir können zu vier gehen. Guck mal, was ich gefunden habe. Hui. Nein, ich will auch durch. Hui. Nee, wir sind bei fünf. Das ist ja blöd. Nee. Nee. Nein, ich will nicht. Nein! Das ist nicht mal ein Test. So, wie kommt man denn jetzt? Ach so. Wo bin ich da? Wo ist denn zwei? Da ist zwei. LOL. Das war ja sehr schwer. Ja, erst mal die komplizierten Sachen machen, ne? Oh, hier gibt es schon sieben oder so? Warum muss man das denn alles einstellen? Weil du das schon mal gemacht hast, oder? Weil ich das schon mal gemacht habe, als das Spiel rauskam. Ja, ich habe keine Ahnung mehr. Warum macht eigentlich das Portal hier für den Sinn? Weiß ich nicht. Das geht bestimmt beim letzten Mal oder so. Braucht man das bestimmt oder so. Jetzt werden wir das schon mal angekommen. Ich weiß nicht, ob ich den Singleplayer auch noch let's playen soll. Aber beim Singleplayer alleine, da ärgere ich mich wieder alleine. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Also ich habe Portal 1 und Portal 2 im Singleplayer mal durchgespielt. Eine der wenigen Spiele, die ich durchgespielt habe. Eins der wenigen. Du schießt immer erst irgendwo Portale hin. Und dann? Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier reinspringen. Wir müssen reinspringen mit Speed. Genau. Mach mal da unten hin. Sie! Und jetzt ich? Warte, ich kann dich da hochholen. Geh mal durch. Und dann musst du das machen, ja. Und dann muss das da hin. So, jetzt muss das gehen. Und jetzt? Katharina Witt. Mit dreieinhalb Schrauben. Warum kann ich eigentlich die Portale nicht wegmachen? Ich hätte vor, die Portale wegzumachen. Mit welcher Taste geht denn das? Weiß ich nicht. Mach doch jetzt mal wieder hier. So, jetzt Katharina Witt. Vielleicht mit einer Schraube. Oh, muss vielleicht mal springen. Schraube! Das kann nicht wahr sein! Diesmal war ich es. Na gut. Oh, ohne Schraube. Kopfsprung. Äh, nee, nicht Kopfsprung. Fußsprung. Weiter geht es. Ich muss doch irgendwie hier diese blöden Kameras alle abnehmen. Das sieht interessant aus auf jeden Fall. Was hat man da für ein Achievement bekommen? Ich geh da mal hoch. Ich brauch so ein komisches, ähm... Wo kann ich mich denn hinschieben? Ich kann ja 80... Ich bin von da. Ich kann ja 80 Knöpfe drücken. Guck mal, ich bin schon mal hier. Ja, boah, NeoX, ey. Nice, hast du einen Knopf gedrückt. Ja, jetzt müssen wir den anderen Knopf drücken. Wo ist denn der? Der ist da oben. Wo? Kommst du da hinten alleine? Ich werde es versuchen. Ich bleib mal hier stehen. Ich schau dir mal zu. Da oben ist er. Da so. Ja, dann musst du dich da hoch katapultieren. Du musst nach unten, äh, das... Ne, hinter dir kannst du da ein Portal partizieren? Nö. Nö. Kannst du an... Die rote Wand, wo ich rot hingeschossen hab, müsste das bei dir auch gehen? Ui, oh, oh. Nein! Anlauf! Nein! Noch mehr Anlauf! Ja, das geht noch. Da kriegen wir hin. Ja! Nein! Anlauf! Ich glaube, das müssen wir anders machen. Ja, oh, oh, schade. Jetzt komm ich raus, oder was? Kannst du nicht... Warte mal. So, irgendwie funktioniert das so ja nicht. Ich will auch mal gucken. Wie kann ich denn... Langer nicht... War aber lustig. Es ist aber, glaube ich, der richtige Ansatz. Probier das nochmal, indem du von der Plattform auch wirklich da reinspringst. Müsste das nicht gehen? Eigentlich müsste das gehen. Ich muss jetzt mal wieder da hoch. Prinzipiell müsste das schon gehen, ne? Weil anders kann ich mir auch das nicht erklären. Das sollte eigentlich die Lösung sein, oder nicht? Das muss ich noch extra springen in eine Schraube machen. Ja, nein! Das ist gerade egal. Okay, ich glaube, das ist nicht die richtige Lösung. Ja, nein! Lass mich mal. Ich will das auch mal gucken. Ich will das auch mal gucken. Warte mal. Probier du die, aber du... Ne, hier musst du bestimmt. Da musst du dran. Aber wie kriegst du das? Warte, dann muss ich dir helfen. Ne, Hilfe machen wir das nicht. So, ja. Ich bin immer noch unten. So, und jetzt... Das müssen wir das jetzt machen. Geh mal, spring mal rein. Wow, Alter! So, und wie kam ich jetzt da nochmal hin? Das habe ich einfach gerade intuitiv gemacht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie. Ja, dann da oben. Da, äh, Moment. Verlässlich auch von da? Ich mache dir die Portale hier oben, äh, hier so hin. Und dann muss... Ist doch da rechts... Da rechts ist doch eine Wand da, so. Ah, ja, genau. Stimmt. So, zack. So. Und nun? Ah! Nein! Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wunderbar. Ich finde, der Raum hatte sehr viel Schönes. Gegen die Heuchelei, für die Ehrlichkeit und gegen die Heuchelei. Ich finde, Heuchelei ist auch ein schönes Wort. Aber du hörst es ja gar nicht, du auch Englisch spielst. Haha. Ja, ich lese das aber. Ich habe für die Zuschauer extra... Oh. Das ist eine gute Idee. Das sollte ich für die nächste Folge auch anmachen. Untertitel angestellt, ja? Weil du immer da drüber laberst. Was ist denn so blöd, was ist denn so? Mit dem, wenn du da drüber laberst? So, weiter geht's. Erschlagen, ertrunken, zerschlampft, verbrannt. Oh, ist ja schön. So viel Tod ist da. Ja, toll. Gut, da kannst du drüber springen. Von hier aus. Nee, das reicht nicht. Du musst dich selber erst in diesen Aufzug machen. Warte, spring da mal rein. Hier kann ich Speed aufnehmen. Genau. Das Problem ist... Warte, welches ist unten? Oben ist rot. Unten oben ist rot. Ja, Sigi. Alter. Okay, was machst du jetzt? Kannst du dich im Portal wieder setzen? Da ist, glaube ich, eine Möglichkeit da. Nee. Nee, 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 pass auf. Du kannst den Knopf drücken. Warte, genau, wir können das Gleiche machen. Jetzt ist hier so ein Ding. Geh da rein, geh da rein, geh da rein. Hier ist aber so ein... Achso, weil die Portale einfach nur weggehen. Geh da rein, das sind ja meine. Hey. Warte, ich muss hier noch eine Weile warten. Fluggeste. Los, schieß. Ich werde wahnsinnig. Wir sehen uns am Montag wieder, ne? Äh, der Blaue ist unten. Ich hab ne Fluggeste gemacht. Nice. Ich hab schon wieder ein Achievement bekommen. Achievement Hunter nennt man ihn auch. Ihr habt es geschafft und seid jetzt sicher sehr, sehr stolz. Ja. Ja, ich bin stolz. Ich will euch die kleinste Trophäe der Welt basteln. Ja, war einfach. Das war schon wieder zu einfach jetzt. Und das hat auch Spaß gemacht. Man kann Portale schießen in dem Ladebildschirm. Jetzt nicht mehr. Man ist am Anfang, glaube ich, noch nicht weg von der Stelle. Achso. Der Otto Walkis. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Du darfst nicht trinken. Du kannst aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest. Ach, wir haben ja hier quasi... Los, schreib mal auf, Cyrok. Wir haben hier ja quasi den selben Song nochmal. Wo müssen wir denn hin mit dem selben Song nochmal? Also nicht. Du gibst ein hervorragendes Beispielabend. Ich booste mich. Ich booste mich und du löst das Rätsel. Du kannst dich nicht boosten, wenn du die Fatale machst. Das stimmt. Das stimmt. Viel Spaß. So, was muss ich denn jetzt machen? Fluggeste! Was ist denn, wenn ich den Knopf hier drücke? Fluggeste! Fluggeste! Wo muss ich denn hier jetzt machen? Das ist mir zu blöd. Ich kann hier gar nicht mehr raus. Oh, ich kann da schreiben. Hallo! Da drin, da drin, da drin, da drin, da drin, da drin, da drin. Ich habe den Chat gefunden. Ups. So, jetzt drück mal ein Knöppchen. Jetzt holst du bitte diesen runden Wobbelmann. Okay. Oh, da bin ich leider vom Knopf gekommen. Oh, ich mache jetzt alles das, was du sagst in dieser Folge. Ach so. Ich muss jetzt nochmal da hoch. Du musst dich jetzt nochmal hier boosten. Also hier Speed aufnehmen. Nimm mal, nimm mal ordentlich Speed auf. Ich chatte wieder. Jetzt mach doch mal. Es dauert viel länger. Und tot. Ich muss, ach so. Ja, warte. Kriegen wir noch einen. Jetzt müssen wir aber hier mit Portalen machen, weil sonst ist der... Nee, nicht da durch, nicht da durch, nicht da durch. Dann stirbt der, glaube ich. Probier mal aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Ja, dann geh du mal nochmal darüber. Boah, du musst erst die Portale schießen. Ich habe eins geschossen. Das hilft mir nicht. Ah, ich verstehe. Brauchen wir den Booster wieder. Hä, ich verstehe nicht. Oh, man kann nicht alleine Schnick-Schlack-Schnuck spielen. Wie machen wir das denn? Weiß ich nicht, aber ich muss da nochmal rüber, bestimmt. Nee, ich muss erst, ich glaube, ich muss erst mein Portal setzen. Warte. Okay. Ist jetzt mein Portal? Kann ich nicht. Ich mach gerade eine Geste. Nee, aber das geht ja weg, wenn du da durchfliegst. Nee, aber das geht ja weg, wenn du da durchfliegst. Nee, nee, nee. Doch, aber man kann das bestimmt von da unten lösen. Nee, du fliegst ja da gar nicht durch. Ja, aber diese Portale gehen weg. Nee. Doch, das ist schon weg. Egal, wir lösen das schon. Äh, und los. So. So, viel Spaß. Knopf drücken. Aber wie kommen wir dann da hoch? Warte, das kommen wir, indem wir... Warte mal. Ich habe eine Idee. Darf ich hier bestimmt wegsuchen, oder? Ich habe eine Idee. Nimm den Ball mit rüber. Ja, wir können ihn angeben bestimmt. Ha, er ist oben. Der Kull läuft doch gleich wieder runter. Ich bin die Treppe runtergefallen. Warte. So, ja, jetzt ist einfach. Ich habe das Rätsel gelöst. Und es hieß, niemand würde bei diesem Test je sterben. Danke für den gegenteiligen Beweis. Das war der falsche Knopf. So. Ich widerscheu, dass man im Aufzug keine Gesten machen kann. Und jetzt können wir mal aufs Handy gucken. Da passiert aber nichts. Ich wollte eine Kerze anmachen. Das habe ich vergessen. Oh. Ich weiß aber ja auch nicht, wie viel ich jetzt anmachen muss, wenn diese Folge erscheint. Irgendwann. Darf ich mal kurz gegeben? Ja, sicher. Hey. So funktioniert der Bescheid. Hey, hey. Hey, hey. Hey, Vicky. Hey, ich habe eine Idee. Komm her. Ja. So, mach mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin dein willenloses Werkzeug geworden. Geh da mal hin. Du bist erst rechts oder links hoch. Egal. Boah, das ist schon ein bisschen hypnotisierend, wenn man da die ganze Zeit drin ist. Oh, ich muss den Kopf drücken. Aber ich habe den Kopf gedrückt. Du musst mich hier dann umleiten in den anderen währenddessen. Ach so, okay. Dann müssen wir da vielleicht noch mal von vorne machen. Ja. Das müsste schnell gehen, okay. Oh, das ist schief. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Und gut, knapp drücken. Zu spät. Boah, Nergorixer. Jetzt stell dich doch mal nicht so ein. Das war... Ich muss nur die Knöpfe drücken. Außer, das war das falsche Portal. Ja, eben. Das war das Problem. Einmal wieder da, Louis. So ready? Ja. Knöpfe drücken. Und Knöpfe drücken. Knopf drücken. Hab ich. Schön. Und jetzt? Weiß ich nicht. Oh, Bälle. Der Test beginnt in 3, 2, 1. Wo müssen die denn hin? Ich hab schon. Müssen wir nur einen haben? Ja. Er macht den anderen kaputt. Oh. Fußball. Wer da fremeln? Ja. Besser als so langweiliger Bayern-Fan. Aber bei unserem Formel-1-Test hat sich genau die Bayern-Fan-Mindelität gezeigt. Bei dir. Warum soll ich mitmachen, wenn ich nicht gewinne? Ja. Ist halt so. Vielleicht, weil es Spaß macht? Nein. Spaß kommt ja durchs Gebet. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Hey. Oh, das ist anders. Ja, ich weiß nicht. Ein springendes Reh beobachtet. Ein springendes Reh? Ich hab nicht zubehören. Oder bin ich? Ich muss das erst selber machen. Weil da eine Portale gelöscht werden. Schade, ich wollte nicht abblocken. Jetzt bin ich zu fliegt. Ich find's schade, dass man nämlich sprinten kann. Ja. Wie? Ihr meint doch nicht, dass das einen... Das hast du jetzt davon. Äh, und nu? Mach denselben Song nochmal, wenn's klappt. Ähm. Okay, ich glaub, ich soll das nicht einfach so nachmachen. Ah, hier oben musst du bestimmt hin, warte. Ähm. Achso, man kann sich da bestimmt boosten. Aber wie machen wir das? Genau. Du... Moment. Ich mach hier. Ja, aber jetzt muss ich wissen... Und du guck und jetzt... Warte mal. Wo muss ich die anderen hin machen? Fahr mal hin. Fahr mal hin. Flieg mal nach da drüben und guck mal, was da los ist. Jetzt guck mal, ob du da irgendwo an der anderen Wand noch ein Portal machen kannst. Ähm. Nö. Da kann ich eins machen. Ja. So. Mach. Erst gleich, ich mach. Autsch. So, ich bin am Ziel angekommen. Was muss ich jetzt machen? Ah, jetzt muss ich quasi das Lila muss ich jetzt hier hin machen. Ja, und? Achso, blau ist noch da, ne? Ja. Ja, dann kann ich jetzt hier durchbleiben. Nein! Und dann bin ich am Ziel. Ich muss das doch machen. Achso, du musst es auch noch mal zum Ziel. Ja, ich muss ja auch noch hier hin. Oh, fuck. Alles klar. Ich hab einfach irgendwo hingeschossen. Ja. Erst mal, erst mal random probieren. Knopf gedrückt. Was macht der Knopf denn? Da, das auf. Da. Ja, wie komm ich da jetzt hin? Ah, wahrscheinlich hier so. Ich hab mich kein Typer gestartet. Nice. So wahrscheinlich, ne? Ja, so. Aua. Jetzt musst du auch hier hin. Ja. Wie mach ich das? Das geht ja nicht, wenn ich hier, ich muss ja auf dem Knopf stehen bleiben. Okay, wie machen wir das dann? Du hättest nur ein... Du schießt mal das andere Portal wieder hier irgendwo hin. Am besten nach da unten. Ja, aber dann sind die da drinnen wieder weg. Achso. Ja, vor allen Dingen kannst du die nicht mitnehmen, ne? Ja, ich kann die Plattform nicht mitnehmen, ne? ÄH! Nein! Du bist in der Wand bei mir. Nee. Mach mal wieder auf jetzt. So, hier bin ich. Na gut. Oh, du hast die Wand kaputt gemacht. Ich habe halt kein Portal kaputt gemacht. So, wie machen wir das denn? Was müssten wir denn prinzipiell hier machen? Ja, also das Problem ist, diesen Knopf müssen wir gedrückt halten. Kannst du... Irgendwann musst du mich da hinten hinholen. Wir brauchen da oben den Cube. Ja, der Cube muss hier drauf. Wir müssen jetzt den Cube holen, genau. Ähm. Ich halte die Wand auf... Können wir da nicht... Können wir da nicht... Wie kommen wir denn da hin? Wir müssen da durchspringen auf jeden Fall. Von wo können wir den Speed aufbauen? Können wir irgendwo Speed aufbauen? Nö. Nö, ich sehe es zumindest nicht. Mach mal die Wand wieder auf. Das ist... Das sehe ich immer so wenig. Wenn ich die Wand aufmache. Ähm. Ja, aber du kannst ja nicht reinspringen. Aber wie bin ich denn eigentlich hier hochgekommen? Das war ja auch mit Speed. Ich muss doch hier Speed... Hier unten gab es doch Speed. Genau. Ja, sicher. Und dann machst du jetzt deine Portale hin. Und dann bist du da hoch. Nimmst du den Cube mit runter. Pam, pam, pam. Bring den Cube mit. So. Gut. So, jetzt muss ich wieder da hoch. Nee, warte. Den Cube muss mit. Der Cube muss auf den Knopf. Ja. Das ist das Portal da. Ist jetzt das Portal weggemacht? Oh nein! Ah, der Cube geht auch kaputt, ne? Das ist blöd. Wir müssen den Cube angeben. Ja, okay, dann bleib ich hier. Ruh mal den Cube hin. Ich bleib hier stehen. Ich will sprinten können. Ja, das fehlt. Wie du mit deiner Fahne da immer rumwackelst. So, hier, kriegst du den Cube. Du musst erst lachen. Oh! Nervoll. Gut. So. Töte ihn, mein Junge. Achso, heiße schon. Nee, warte, warte, warte. Jetzt müssen wir nacheinander machen, sonst die Portale wieder weg. So, jetzt mach... Nee, 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 bleib du mal da jetzt. Bleib du jetzt erst mal da hier. Warum? Weil ich jetzt sage. Wow, jetzt kannst du da hin und her laufen. Jetzt springen. Also jetzt der Portal da hinten über dem Speedmacher springen. Das Spiel ist zu einfach für uns. Na ja, das werden wir nur durch bloßes Ausprobieren gewinnen. Ja, das ist halt ein Rätsel. Ach, schwachsinnige Freudentänze sind immer toll. Wir müssen die Folge beenden. Was? Jetzt schon? 25 Minuten. Zeit vergeht wie im Flug. Warum hab ich 23? Ja, du hast ja viel zu spät aufgenommen mit deiner Kanada-Hünde. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder vorbei. Oben rechts wieder auf die nächste Folge klicken. Oben rechts ist mein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.